Hallihallo, meine lieben Turrenfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video meiner Turrenwelt. Heute euch mit Samantha, Lia, Lela, Chantal, Johanna und noch mehr Verwandten etwas gefeiert. Und zwar zwei Jahre YouTube. Okay, reicht aber schon wieder? Ich habe auch ein Chantal, voll leise. Ich habe auch noch ein paar Geschenke bekommen und eine Torte, das seht ihr auch gleich. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video und dann würde ich auch mal sagen, los geht's! So, ich mach das mal in den Henkel. Kakaochen. Passi Pupa. Und Trampoli-Ball. Das ist ein Melli-Trampoli mit diesem Ball hier. Ach ja, wir haben die Blumenkette vergessen. Hallo, ich heiße Jondra. Ich bin 16 und bin in der 13B. Ich bin so in der Hand. Ich führe am besten mal so. Oh, na, Lena. Ja, das ist voll schwer. Ich versuche einfach bei euch, Leute. Dein Ernst? Chiara? Du bist der Party-Pupa? Ja, aber du willst den Titel ja nicht. Du willst der Party-Scheiße. Ok, jetzt? Ich kann aber nicht schneiden. Das sieht ekelig aus. Hey, 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 hey. Schmuck. Ach du Scheiße. Ah, wie klebt. Was ist denn der Fondant? Fondant. Heißt das ja. Warte, aber dir. Ich verspucke. Es war weg auf den Boden. Mund auf. Kann ich noch irgendwas? Was ist das hier? Zitrone. Ich bin lecker. Ich will von allen gleich viel haben. Mein Riech riecht die Kohle. Ich hab das nicht mal. Ich hab Schokopudding. Ich hab Blakritze. Ich hab Limone. 1, 2, 3. Samantha. Es jetzt. Du Scheiße. Wir haben doch gerade... Wir haben eben... Lidia hat Stinktierspray. Ja, wirklich. Ich hab's so gegessen. Ich hab auch nicht riesig verzogen. Das schmeckt gar nicht so schlimm. Es ist voll lecker. Okay, das ist jetzt nicht lecker. Cementa. 1, 2, 3. Und jetzt auf deinen Zunge. Wetten, das ist eh Schokopudding. Das ist Schokopudding. Das ist Schokopudding. 1, 2, 3. Das ist schon da. Mäu. 1, 2. 2, 3. 3. 1, 3. Nein! Nein! Das ist ja immer so, dass wir das vor neu machen, ne? Wer als erstes drüben ist. Wenn man kommt, muss man nochmal von vorne machen. Nein! Nein! Ich hab auch geteilt! Nein! Nein! Nein, das ist voll schief! Ey, lass es! Samantha, bist du doof? Nee, ich bin Samantha. Ich brauch ein und ein. Ah, ich bin voll schief! Mann, du kannst doch riesig hier ist! Hä? Wenn du mich schufst, dann zählt das... Nein! Nein! Ja, das musst du mal von neu machen. Nein! Mann, Leute! Ich war so weit! Ach so! Im Ernst nicht! Bin ich so normal, dann bin ich schon längst fertig. Ja, schon. Ja, schon. Die hat schon so gute Technik, so ganz langsam, ne? Boah! Ich hab, ich berühr dich nicht! Hab ich auch... Hab ich gesagt... Ich bin jetzt Winterfall. Winterfall. Ich bin jetzt weiter nach hinten. Kann ich auch sagen. Nein! Was? Hey, 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 hey. Allos. Say, ha, hey, 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 hey. Mach beine bitte zu und rastnormal. Hey, 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 hey hey! Is das so gut? Aber das ist ja mal! Das ist gar nicht kompliziert. Ich hab gerade eben mit dem lieben Gott telefoniert Tanz, tanz, tanz um dein Leben also tanz, tanz um dein Leben Oh ja! Tanz um dein Leben Stattdorf! Also meine Mama, die Eltern haben schon ihre junge Mathe drin gewinnen und fährt sich einen Spagat versuch und dann soll das so aussehen. Die übertreibt von mir. Oh, ich bin weggebrochen. Oh, ich bin weggebrochen. Das ist meine Mama, die sich Yoga-Spagat ausgesprochen. Nein, ich kann das genauso gut wie die Lela, habe ich gesagt. Hallo, und ich zum Schluss, oder was? Wir machen gerne gleich ein Schluss. Pass aber auf, Mama. Ja, ich kann das noch mal machen. Ja, ich kann das noch mal machen. Das ist eine volle Kette, die ich jetzt auch. Äppel-Pen! Darf ich mitmachen? Was? Nein! Aume an. Das ist okay, Mama. Aber, wo möglich ist, wo möglich ist. Ach, ja, ich noch mal dabei. Äh. Äh. Einen Apfel-Schweinbär. Ich hab gleich mal eine ganze Zeit ... Ha! Ich hab gleich mal eine ganze Zeit ... Ich hab gleich mal ... Ich hab gleich mal ... Ich hab gleich mal ... Ich hab jetzt noch mal ... Hey, du ... Ich hab's ... Ah ... Ich hab's ... Mein Spickasch ... Wuh! Diggel ... Diggel ... Ich hab's ... Ligens ... Schnelle ... 1 2 3 4 5 6 7 8 So, ich zeige euch jetzt einmal meine Geschenke. Ich fange euch in den schönen Blatt an von der lieben Samantha. Ich werde das sagen. Hayley hat auch sehr viele Unfrustet geschenkt bekommen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Packungen. Einige haben wir schon gegessen, oder? Ja, wir alle wissen. Und dann habe ich noch einen Rucksack von Puma bekommen. Keine Schleichwerbung. Und... Ja, dann also heute... ...hat die hier so ein Party-Puma bekommen. So ein Scheißhaufen drauf. Dann habe ich auch noch Raviolis bekommen. Die haben wir schon gegessen. Dann haben wir auch noch Klamotten bekommen. Die sind schon in der Wäsche. Dann habe ich auch noch so Rollen bekommen. Die seht ihr im Video. Und noch ein Postick. Den habt ihr auch gerade schon im Video gesehen. Dann hat sie auch noch Feinhorn-Mascheln und das bekommen. Die sind sehr lecker. Die sind sehr lecker. So wäre aber... Sie müssten die da... Oh, das weiß ich ja nicht, dass die lecker sind. Dann haben wir noch eine Tüte bekommen. Oh, wow. Also das habe ich von Lia bekommen. Da war noch so eine Gesichtsmaske drin. Drinnen. Dann war da noch... Nee, gar nicht. Und eine Tasse. Schön, dass es dich gibt. Aber ich habe von der Samantha noch einen Eos bekommen. Der liegt gerade im Kühlschrank, weil der geschmolzen ist. Okay, mach. Ach ja, hier der Eos, der macht ihn gern. Boah, ist ja kalt. Also so sieht der von Osnos aus. Jetzt... Das Honig und Apfel, glaube ich. Der liegt schon so. Das ist natürlich geil. Ja. Okay, meine Finger sind ein bisschen schwarz. Ich glaube, wir gehen jetzt gleich auch duschen. Ja. Wartest du das wieder in den Kitzel? So, das war es auch schon mit dem Video. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Jetzt ist es doch bitte mit einem. Daumen nach oben. Dann würden wir auch mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.